Hallo meine Lieben, das sind meine letzten Kröten und was ich damit vorhabe, erzähle ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Gleich eins vorweg. Ich will mich hier nicht beschweren oder rumjammern. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich bin für alles, was ich mache, selbstverantwortlich und an meiner finanziellen Situation selber schuld. Das, was hier liegt, ist das ganze Geld, was ich noch auf der Kante habe. 3000 Euro. So wenig habe ich ja noch nie gehabt. Und das hat mich ein wenig erschrocken. Also muss was passieren. Ich musste auch nicht lange überlegen, wie ich mein Geld vermehren kann. Mein Kanal heißt ja Die Autohändlerin. Und jetzt wird es mal Zeit, mit Autos zu handeln. Ich bin jetzt auch keine Profihändlerin. In dem Bereich muss ich bestimmt noch eine ganze Menge lernen. Und mein Verhandlungsgeschick hält sich auch in Grenzen. Aber nichtsdestotrotz will ich das jetzt machen, bevor ich komplett auf Null bin mit meiner Kohle. Ich will euch natürlich dabei mitnehmen, damit auch alle sehen können, wie blöd ich mich anstelle. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann ja nicht alles. Was ich nicht kann, werde ich lernen. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und durch eure Unterstützung werde ich auch das schaffen. Ich brauche am Anfang ein gutes Auto, wo nicht so viel dran zu machen ist, damit ich es schnell wieder verkauft bekomme und ein paar Scheintje mache. Da hat man dann auch schnell ein Erfolgserlebnis und ist dann gleich motivierter. Ich habe jetzt mal bei Mobile, Autoscout und E-Bail-Kleinanzeigen geschaut. Was ist denn mit den Preisen passiert? Warum wollen die Leute so viel Geld für ihre alten Autos haben? Ist das jetzt wegen Corona oder was? Da gibt es ja nichts Vernünftiges, was auch einigermaßen günstig ist. So kann man kein Geld verdienen. Jetzt habe ich noch einen Notfallplan. Mir hat ein Kumpel erzählt, dass es in Königswesterhausen, das ein bisschen außerhalb von Berlin, einen großen Platz gibt, wo sich viele Händler zusammengeschlossen haben. Und man da vielleicht ein Schnäppchen machen kann. Da gibt es wohl viel Auswahl. Er selbst war aber auch noch nie da. Mich hat er aber neugierig gemacht. Und ich würde sagen, dass wir uns das mal zusammen anschauen sollten. Wie wir das filmen, weiß ich selbst noch nicht. Da darf man bestimmt nicht filmen. Das müssen wir wahrscheinlich verdeckt machen. Dann verpixeln und auch nachvertunen. Müssen wir noch sehen. Ich habe hier noch so eine Knopfkamera, wie bei James Bond. Die habe ich mir mal vor Jahren gekauft. Die können wir auch mitnehmen. Uns wird schon was einfallen, sodass ihr mit dabei sein könnt. Wir fahren erstmal dahin. Bis gleich. So, jetzt sind wir da. Das Gelände sieht schon ziemlich groß aus. Mein Cousin wird sich die Kamera um den Hals hängen und so tun, als ob er ein chinesischer Tourist wäre. Und so probieren, die Kamera von unten mit filmen zu lassen. Ich habe hier meine Knopfkamera dran. Mal sehen, ob es klappt. Lass uns reingehen. Das war noch die beste Aufnahme von dort mit einem rote Mikrofon und Windschutz drauf. Danach mussten wir das Mikrofon abnehmen, damit wir nicht auffallen. Aber durch den Wind hat man kaum was verstanden. Und die Knopfkamera hat zwar ein Mikrofon dran, aber das ist so kurz, dass es unter der Jacke geblieben ist. Und von dort auch kein vernünftiger Ton zustande kam. Ich zeige euch nur Ausschnitte, weil die Kameras leider keinen guten Bildstabilisator haben und man von den Bildern sehkrank wird. Das kann sich auf Dauer keiner angucken, ohne dass einem schlecht wird. Wir mussten auch alles nachvertonen. Mein Cousin ist hier in Kreuzberg aufgewachsen. Der kann ja fast ihren Dialekt und auch Akzent nachmachen. Hier kann man sehen, wie groß das Gelände ist. Da stehen bestimmt über 1000 Autos rum. Wir sind eine Weile rumgelatscht und ich habe ein paar BMWs entdeckt. Da stand ein E46 Kombi, aber völlig fertig. Dann noch ein E46, der war auch Schrott. Und ein 1er. Aber der sah im Innenraum aus wie bei den Flodders. Alles kurz und klein. Ein Stück weiter habe ich ein E91 entdeckt. Der sah für mich günstig aus. Automatik. Der Innenraum sah noch okay aus. Das ist ein 318i. Abgeschlossen. An der Stoßstange hat er ein paar Kratzer. Radläufe sehen gut aus. Kein Rost. Bremsscheiben sind runter. Hier hinten ist die Scheibe noch okay. Hier ist das gleiche Spiel. Völlig runter die Bremse. Radlauf ist okay. Die Reifen sind auch schon zwölf Jahre alt. Aber im Kofferraum hat er noch gute Reifen auf Alus drin. Der schien mir auch bezahlbar zu sein. Jetzt mussten wir noch den Verkäufer für den BMW finden. Aber es war keiner weit und breit zu sehen. Wir haben uns dann entschieden weiter zu gehen und später nochmal wieder zu kommen. So viele Autos. Aber für mein Budget sieht es nicht so gut aus. So ziemlich am Ende vom Gelände hat uns ein Händler angesprochen und gefragt, was wir suchen. Und ich erklärte ihm, dass ich was zum Weiterverkaufen suche. Und es sollte ein deutsches Fahrzeug sein. Er zeigte uns dann ein E46 Bauherr 2001 vor Facelift mit 170.000 Kilometer runter. Vierte Hand. Der sollte 1700 Euro kosten. Das ist zu teuer für den Ankauf. Wir sind dann weiter gestiefelt, um uns noch den Rest auf der rechten Seite anzusehen. Was mir komisch vorkam, dass immer mehr Leute auf uns gezeigt haben. Wahrscheinlich wegen der Kamera. Also ich fühlte mich immer unwohler auf dem Gelände. Dann haben wir was Schönes entdeckt. Ein E24 635 CSI. Der Zustand sah noch ganz gut aus. Wahrscheinlich ein US-Import. Schönes Auto. Etwas weiter habe ich noch einen ganz guten E90 entdeckt. Vom Zustand her war der okay. Bremsen, Reifen, Radläufe. Alles super. Nun geht es wieder darum, den Händler zu finden, dem das Auto gehört. Und das ist hier auf dem Platz gar nicht mal so einfach. In dem Container ist keiner. Aber hier sind welche drin. Ich frage mal nach. Hallo, ich habe Interesse an dem E90, der da vorne steht. Der ist wohl mein Nachbar. Aber der ist heute nicht da. Ach so, okay. Ich kann ihn anrufen, fragen, den Preis oder sowas. Aber ich habe keine Schlüssel, keine Papiere. Tut mir leid. Alles klar, danke. Ciao. Das war ja wieder nichts. Aber erinnert ihr euch noch an den E91 vom Anfang? Ja, da haben wir jetzt einen Zuständigen gefunden. Und was für ein Blödsinn, der erzählt hat, sowas glaubt er keinem Mensch. Es geht um den hier. Diese? Der gehört meinem Chef. Aber hier kann ich nicht verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das ist ein Parkplatz. Wie kann man erklären? Zum Parken hier. Der ist nicht zu verkaufen. Der ist nicht zu verkaufen? Nein, nein, nein. Das ist nur Parkplatz. Verstehst du? Und ich dachte, ihr verkauft die Autos. Nee. Verkaufen wir Autos. Aber nicht hier. Büro ist nicht hier. Kann man hier nicht verkaufen. Das darf man nicht. Hier nur parkieren. Tschüss. Okay, danke. Das war ja Satire vom Feinsten. Ich denke, dass er das nur wegen der Kamera erzählt hat. Wir wurden schon die ganze Zeit von allen beobachtet. Wir waren da auch schon sehr mulmig. Wir sind dann auf dem schnellsten Weg lieber abgehauen, bevor wir nur auffliegen. Das war wohl nichts. Die haben uns alle so ganz komisch angeguckt wegen der Kamera. Und dann haben die noch behauptet, das ist nur ein Parkplatz und das ist nicht zu verkaufen. Irgendwie ist das alles hier mysteriös. Ich würde sagen, wir hauen erst mal ab. Das war wirklich nichts. Ich denke mal, dass die Kamera die Leute da schon gestört hat. Aber auch generell wird man da nur schweren Schnäppchen machen können. Ich hatte das Gefühl, dass die alle selber reich werden wollen mit ihren Kisten. Na egal. Ein Versuch war es wert. Suche ich eben in den üblichen Autoplattformen weiter. Da wird sich schon was finden lassen. Noch ein kurzes Update zu den Pleuel Schrauben. BMW nimmt die nach drei Monaten nicht mehr zurück. Aber das war mir schon fast klar. Normalerweise hätte man die Pleuel Schrauben von IRP nehmen sollen. Die habe ich aber schon vor dem Viseko-Kolm gekauft. Da ich die jetzt wieder kaufen muss, nehme ich die von IRP. Als ich allerdings den Preis gesehen habe, habe ich einen Schock bekommen, was die für 12 Schrauben haben wollen. 225 Euro. Und das war noch das günstigste, was ich gefunden habe. Also so langsam macht mich der Motor arm. Ich habe natürlich weitergesucht und welche in Polen gefunden für 82 Euro. Das fand ich einen guten Preis. Nur haben die eine Lieferzeit von drei bis vier Wochen. Also für 143 Euro warte ich gerne ein bisschen länger. Oder das Super Schnäppchen erweist sich als Flop. Ich bin gespannt. Apropos Super Schnäppchen. Ich wollte euch meine neue Errungenschaft zeigen. Das ist mein neuer Druckluft-Schlauchaufroller von Stahlwerk. Da unten liegt noch mein Alter rum. Der hatte nur 15 Meter Schlauch drauf und hat 120 Euro gekostet. Der hat jetzt 20 Meter Schlauch und kostet nur die Hälfte. 60 Euro. Und von der Qualität her sind die identisch. Darum liebe ich ja Stahlwerk. Die machen echt gute Qualität zum bezahlbaren Preis. Und darum kann ich nur jedem empfehlen, wer was braucht, schaut erstmal bei Stahlwerk vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Schaut euch mal meinen neuen gebrauchten Stahlschrank an. Der ist doch super. Die wollten den wegschmeißen. Und wisst ihr warum? Nur weil diese Haken hier unten für die Böden gefehlt haben. Das ist doch unglaublich, oder? Die habe ich mir in 5 Minuten schnell selber angefertigt. Ich habe mir aus einem Stück 1 Millimeter Restblech ein Streifen von 7 Millimeter Breite abgeschnitten. Dann den Streifen in 30 Millimeter lange Stücke zugeschnitten. Und in 10 Millimeter Abschnitten unterteilt. Die habe ich erstmal in 90 Grad Winkel gebogen. Und danach mit Münzen dazwischen zusammengedrückt. Und fertig waren die Haken. Die haben natürlich nicht gereicht. Da musste ich noch ein paar mehr machen. Aber die haben perfekt gepasst. Und schon konnte man die Bögen wieder einhängen und den Schrank wieder benutzen. Also Leute, nicht immer gleich alles wegschmeißen. Oft kann man mit wenigen Handgriffen die alten Sachen wieder retten. Und es macht auch noch Spaß. Save the Planet. So, das war's doch schon wieder für heute. Halt, halt, halt. Ich habe jetzt doch noch ein Auto gefunden und gekauft. Das war wieder mal ein Schnellschuss. Im Internet gesehen, hingefahren, gekauft, fertig. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber so viel sei gesagt, es ist ein deutscher Oldtimer. Der nun 84.000 Kilometer runter hat. Den hole ich nächstes Wochenende ab. Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Das wird der Hammer. Ich freue mich jetzt schon auf das Projekt. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Regina. Ich bin ein Daumen nach oben.